Herzlich Willkommen wieder vom Münchner Flughafen. Wir fliegen nach Manchester. Man United gegen Atletico Madrid. Rückspiel in der Champions League. Den Trip mache ich gemeinsam mit El Tone und schaut mal, wie wir mich getroffen haben. Im Take. Jetzt bin ich drin im Take. Jawohl, Mario, komm es. Sitzt du bei uns auch im Flieger? Mario, was denkst du? Man United oder Atletico? Barcelona. Irmant. Er ist der wahrsten Partisant, Leute. Deswegen verstehen wir uns gut. Mit einem Elevator nachgekissen bin ich eigentlich auch ausgerüstet. Das wird ein lustiger Typ, Digga. Wir essen jetzt erstmal was. Ja, wir müssen was essen. Wer ist denn da? Da ist er. Vizca Junio. Wir landen in Manchester. Und wie war der Flug? Super geil. Wir nehmen jetzt ein Taxi, fahren erstmal zum Hotel. Vor ein paar Tagen war ich ja noch auch wieder in Manchester. Ist auch wieder gefüllt meine zweite Heimat. Und City hat verloren. Ne, unentschieden. Das heißt, jetzt ist ein richtig spannender Flughafen in City. Das wird geil. Ein Punkt, nur noch Unterschied wahrscheinlich. Boah, Benzema hat wieder doppelt getroffen. Und übrigens auch gute Besserung an Florian Würz wegen seinem Kreuzbandriss. So, Tone. Wir sind da. Unser Hotelfreund ist einfach mitten bei so einer Baustelle. Hoffentlich sind da keine Bauarbeiten morgen früh. Da, wer das Old Trafford hat. Wir sind nicht so weit weg. Hallo. Eli. Hi. Alles gut? Da, ich bin on stream. Ja, wir sind in Manchester. Bruder, wir waren so Wings essen in Manchester bei so einem Lokal. Wie hießen das? Das war endlecker. Nandos. Ey, sind wir nächsten Sonntag auch im Klassiko. Wir sind da auch. Was? Echt? Lass uns da treffen, Bro. Oha, Leute. Eli ist einfach auch beim Klassiko mit Sydney. Da wird auch ein Blog dazu kommen. Hier ist richtig komischer Geruch. Ach, Tone. Stimmt, Turnhalle. Aber so diese eklige Turnhalle. Hier haben wir direkt ein Waschbecken im Zimmer. Dusche. Ja, ist alles auf engem Raum. Aber trotzdem eigentlich ganz gemütlich. Reicht aus, Leute. Bettsprung wieder angesagt. So. Ho, 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 diga. Sieh mal, das wäre endhart. Alter. Die Kleine ist bitte die Toilette hier. Das ist die Kamera des Schreckens, diga. Das ist wie bei Harry Potter. Seine Wohnung gehört. Ja, diga. Siehst du unschuldig aus, Tone. Jetzt erst mal ein Dixie Chicken gönnen. Dixie Chicken? Ne, wir gehen zur Pizza Hut, Freunde. Ja, schön Pisse im Rand. Wie findet ihr eigentlich meine Custom Ruffy Air Force? Richtig nice. Tone hat aber auch coole Schuhe an. Breit hat die mir gegeben, der Ehrenbruder. Willenskraft. An ihm, die wir grüßen. Markus? Ihr könnt ins Fronten, aber ist egal. Ich liebe es. Hawaii Pizza. Ey, wo ist anders? Das ist die Falsche. Hä? Ich habe mich so auf eine Reihe gefreut. Er hat uns die Falsche eingepackt. Wenigstens Käse im Rand, diga. Ja, trotzdem lecker. Da kann ich mal machen. Die Kleine. Es ist Matchday. Tone und ich haben, by the way, zwei Zimmer, aber ich bin jetzt schnell zwingend rüber, weil wir werden jetzt unseren Podcast aufnehmen. Wird natürlich auch auf Reise nicht vernachlässigt. Für die, die es nicht mitbekommen haben, wir haben einen Fußball-Podcast. Link ganz oben in der Videobeschreibung. In der Kategorie Sport sind wir sogar deutschlandweit auf Platz 3, genau hinter Toni Kroos. Sogar Manu-Trikot dabei. Kannst du mich mal kurz filmen, bitte? Ja, diga, mach ich gerne. Schau mal, das ist ein Bulli-Chaner. Hast du gesehen? Was ist das? Nein. Hier die Chelsea-Sterne. Ja. Messi. Und hier, diga. Ja. Das ist ein Legitierter von der Women's Champions League. Ach so, ich dachte, das ist Messi. Wir sind jetzt in Juba und unterwegs ins Paradies von Manchester. Ja, Jungs, ohne Spaß. Ich bin so gehypt, ihr werdet gleich sehen, was da am Start sein wird. Ich glaube, ihr werdet umkippen, wenn ihr dort vor Ort auch am Start werdet. Wir kriegen jetzt eine private Tour durch das weltweit größte Lager von Trikots. Es sind aber nicht nur irgendwelche Trikots, sondern legendäre Oldschool-Trikots. Alles original, alles legit. Tone ist so heiß. Auf dem Paradies hier. Hier sitzen alle Mitarbeiter, die einfach nur die Echtheit und die Qualität prüfen und dann die Trikots in verschiedene Kategorien ranken, in welchem Zustand sie sind. Oh, digga, Tone. Das ist von 2000. Oh, Ronaldinho. This is one of my favorite Jerseys, I swear. Is it? Oh my God. I fell in love. Das ist so krank. So viele Mitarbeiter, die einfach nur die Trikots checken. Und das ist noch gar nichts. Nächster Raum. Hier werden alle Trikots gewaschen. Tone, guck mal. Nur als Beispiel. Juve-Trikot, wo die noch Kappa als Sponsor. Das ist 40 Jahre alt oder so. Das ist so gute Qualität, auch krank. Das ist die größte Waschmaschine, die ich jemals gesehen habe. Oh, das ist auch geil. Blau, Mensch. Warte noch. Es wird noch krasser Tone. Alter, guck dir das mal an, Bro. Das geht ganz nach hinten. Leute, wo findet man sowas? Romario, Brasilien. Das ist noch vor unserer Zeit alles. Und das sind alles Originale, Bro. Ja. Das sind hier nichts Fakes. Langärmlich von 2008, 2009 Saison. Freunde, wir müssen uns in den Sand ziehen. Richtig cool. Wie sind diese Arbeiter hier, Digga? Lass wir ein paar Trikots waschen jetzt? Ja, ein paar mitnehmen. Das ist alles Barcelona. Machen wir so einen Wettsprung da rein. Ja, so eine Arschform bitte rein. Diego-Zeiten bei Bremen noch. PSG-Freunde, langärmlich. Ronaldinho. Der hatte ja noch nicht mal die 10. Das ist von 2001 oder so. Bisher alle Überwartungen übertroffen tun. Bro, ja, ich bin gestorben hier. Jetzt kommt der Hauptbereich. Very good Zustand Nummer 7. Backhandball. Jetzt geht's los. Hier werden quasi alle Sachen, die bereits auf der Website gelistet sind. In diesem riesigen Raum. Und im Keller wird halt alles vorbereitet. Guck mal, wie weit es nach hinten geht. Und überall links, rechts, links, rechts. Alles voller Trikots. Hier sind aber nicht nur ganz alte Trikots, sondern hier zum Beispiel auch Ronaldo bei Juve noch. Und quasi von jedem Verein weltweit findet man etwas. Gestern ist ein Grutsch, heute klettert er. Oh, das sieht so krass aus von mir. Jetzt sind wir im Heiligen Zimmer. Hier ist die private Sammlung vom Chef von dieser ganzen Company. Ach, das ist privat. Hier ist es. Ich liebe es, dass du wissen, wo es ist. Er arbeitet hier. Ich weiß, dass es ist. Das ist kein Spaß. Getrat von Maradona. Beim letzten Heimspiel für den FC Barcelona. Und das ist nicht im Museum. Das hat der Typ einfach. Und hinten sieht man sogar noch so die Spuren. Das Trikot ist unbezahlbar. Das ist, glaube ich, auch jetzt eine der geilsten Kooperationen, die ich in meinen ganzen YouTube-Laufbahn hatte. Und zwar bin ich jetzt auch offiziell Partner von dieser ganzen Company. Ihr könnt 10% sparen, wenn ihr euch dort etwas gönnt mit Code Vizca Barca. Das ist so krass. Ihr findet hier alles, Freunde. Wirklich schon mal hier zum Beispiel Manchester United-Jacke. Das ist so krass. Diese Jacke hatte einfach Jose Mourinho an bei Barca damals. Bruni, magst du auch ein Trikot haben? Ja, komm her. Ja, komm. Oh, da kommt sogar eine Scheibe, Digga. Ich habe jetzt hier das da für mich nach Hause bekommen. Und noch vom legendären Sixtupia. Nächster Boxenstopp. Dorthin kann man schon das Old Shrefford erkennen. Und jetzt gehen wir was essen bei Nandos. Oh, richtig lecker. Da gibt es so geile Wings, Jungs. Ich habe so Hunger. Ja, ich auch. Wir haben noch nicht gefrühstückt. In drei Stunden geht das Spiel los. Das ist schon einer mit Ronaldo-Trikot. Vamos, Toni. Hier war ich mal mit Eli Leute vor ein paar Monaten, als Ronaldo sein Debüt gefeiert hat. Frau Two Persons. Wie viel ich hier mit Manchester City-Kurs sind, ne? Oh, sieht das lecker aus. For free. For free. This is special tip, okay? I think it's 3-1. 3-1, okay. Okay, good luck, yeah? I think Ronaldo is only going to school 2 today. 2? It could be, it could be. Boah, sieht das lecker aus. Mais, noch Brot, Salat. Es riecht lecker. Geil. Toni, Essen war 10 von 10, oder? 11 von 10. Das war so lecker. Jetzt geht es zu Manchester United. In die Richtung. Ah ja, da sind wir das Stadion schon. Und deutsche Zuschauer getroffen. Jungs, was geht's? Was geht's? Was tippt ihr? 2-1. Und du? Ja, ich glaube 3-1, wenn du. Also Jungs, viel Spaß, gell? Danke. Ciao, ciao. Tone nimmt gerade eine Story auf. Also mit diesem Schal lauft hier so viele rum. Oh, der ist aber auch nice mit seinem Jubel. Sogar die Brücke ist hier in United-Farben. Oh, Tone, hier ist ein nicer Fluss. Anton, wir schwimmen. Here we go, Freunde. Das Outreffer-Tone. Ich tippe Elfmeterschießen und Atletico kommt weiter. Ich tippe Verlängerung und Atletico kommt, glaube ich, weiter. Aber ich bin heute für Manchester United. Ja. Ich muss auch sagen, ich würde es feiern, wenn Manu weiterkommt, damit wir solche Spiele haben, wie Manu gegen Real, Ronaldo zurück in Bernabeu oder Manu gegen Bayern. Das wäre halt mega nice. Ich glaube, Atletico, weil die auch im Hinspiel deutlich besser gespielt haben, werden heute den Hasen. Aber ich weiß, wenn vielleicht auch Manu einen geilen Tag hat, dann ist... Ja, natürlich. Können Sie fragen, ob Sie eine Prädiktion für YouTube haben? 2-0, Mann. 2-0 für Manu. Manu. Nice, nice scarf, Bro. Danke. Ja, bye. Ich bin auch noch Atletico-Fan, auf Spanisch bestimmt. Ich kann euch für die Prädiktion fragen. 1-2. 1-2 für Atletico. 1-2 für Atletico. 1-2 für Atletico. Okay, sehr froh. 1-2 für Atletico. 1-2. 1-2 für Atletico. 1-2 für Atletico. 1-2 für Atletico. 1-2 für Atletico. Ey, wie korrekt die sind, aber die haben alle drei 1-2 für Atletico getippt. Oh, Digga, schau mal, Tone, die können sich so geile Burger, Digga. Ey, wir haben so viel gegessen. Wie können wir überhaupt daran jetzt denken? Ronaldo ist aber der Kryptonite von Atletico Madrid in der Champions League. Wie oft hat der schon im Finale gegen die Bronnen oder bei K.O. Spielen, auch damals mit Juve, die so kreifliche Häftigung gemacht, weißt du noch? Ja, quasi. Hier Polizei, auch überall. So, Bro, schau mal, das ist die Frontansicht. Da ist die Vereinslegende, der Bobby. 80% der Leute haben hier aber auch ein Ronaldo-Trikot an, ne? Se Soli, Champion. Good, good, good food. Mix away for Champions League Vlog, wir sind dabei. Was geht denn da ab, Leute? Die Buhnen alle, was ist das? Das sind die Atletico-Auswärts-Fans, die werden Polizei-Einskortiert. Viva Ronaldo! Er zeigt Mittenfinger! Hey, United say, Viva Ronaldo! Die United-Fans singen, Viva Ronaldo, Hoch lebe Ronaldo! Er hatte Angst gegen nach vorne Atletico. Alter, wie viele von ihr Mittenfinger zeigen, ne? Schau mal. Die beleidigen sich alle rüber. United, United! Ich mach immer mit, das macht ganz Spaß. Wie viele Pferde sind da? Alter! Eins, zwei, drei! Apokalyptoclan! Ich und Angel! Willenskraft! Alter, das Pferde! Love it, love it! Das sind die Ultras von United. Ja! Ja! Die Tribüne ist hier nach Legenden benannt. Sir Alex Ferguson Stand. Das ist unser Block. Wir müssen jetzt hier wie am Flughafen durch so'n Check durch. Tone, keine Pyros schmuggeln! Danke, Sir. Es kann sein, dass sie sogar VIP-Tickets haben. Hier ist sogar roter Teppich und so. Gericht geil! Wir sind im 500 Club. Krass! Bro, ich glaube, da sind so Getränke inklusive und so. Hallo! Hallo! Wenn die wissen, dass ich ein Messi-Tattoo hab. Sir Alex Ferguson. Eigentlich der legendärste Trainer, muss man sagen. Das ist jetzt unser Eingang. Wir müssen erstmal hier durch. Schau mal, Bro, wie edel sogar die Türen sind. Ich würde so gerne aufs Kloche gehen. Jetzt kann man hier chillen, seine Jacken hinhängen. Oh, Tone, lass ein Bierchen gönnen, Digga. Er verdient Leute als Experte im englischen Fernsehen. Dann haben wir hier lecker Essen. Oh, die Upper Red Burgies. Oh, thank you so much. Okay, ist doch nicht kostenlos. Das war's. 12 Euro, zwei Bier. Jetzt endlich zu unseren Plätzen. 3,28 Pro. Irgendwo hier sitzen wir dann gleich. Ich geh mal ein bisschen runter, damit ihr das Stadion seht. Und Tone, was sagste? Gigantisch. Ist echt krass. Ja. Richtig nice. Das war das krassste Aufwärm-Tor in all meinen Stadionblocks. So Leute, in wenigen Minuten geht's los. Man hört die Hymne fast gar nicht, so laut ist es. Ja, die Hymne läuft, man hört sie fast nicht. So jetzt. Es ist nirgendwo ein Platz frei. Digga, ist so ausverkauft. Mehr geht nicht. Alles klar. Ja, er hypt doch mal die Fans. Cristiano Ronaldo, ja. So jetzt die Ausstellung. Ja, ist geist kein Laut. Sancho von Anfang an, Bruno Fernandes, Ronaldo und Atletico vorne. Nicht heute mit Suarez, aber Felix und Griezmann. Der war so knapp über der Latte. Cristiano am Bein. Übersteigert. Eins, zwei, drei. Und. Oh, gut gehabt. Ronaldo. Wieder. Eckball. Was eine krasse Parade von Oblak. Da beweist du mal wieder, dass er Top-3-Torhüter ist, der Delft. Aber jetzt Atletico, erster Angriff vielleicht. Wow! Oh mein Gott! Geh her, Mann! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das war ein ganz, ganz dickes Ole. Oh mein Gott! Ich habe ein Tor gefahren mit. Ich habe ein Tor gefahren. Das ist so, dass ich so halb bei der Ecke. Krass! Ja, Mann! Schauen wir mal, was Video System sagt, aber es war super klasse gespielt. Kein Tor Leute, es zieht mich. Oh nein, noch mit der Grätsche. Oh oh. Schau auf Felix. Oh, stark auf Grießmann mit der Hacke. Oh 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 oh. Alter. Es war so gut gespielt, davor mit der Hacke. Zusammen spielen wir so auf Felix Grießmann, dann perfekte Flanke. Aber United dennoch bisher ein gutes Spiel. Atlitschko war eiskalt. Oh, die Fans gehen so ab da hinten. Guck dir das an. Alle am Springen. Ohhhh. So Leute, es geht direkt weiter mit der zweiten Halbzeit. Ohhhh. Ja, Ronaldo zeigt's an. Der muss in diesem Raum gespielt werden. Auch schon lost die Flanke. Aber warum pfeißen die ihren eigenen Kapitän doch so aus, Digga. Ohhhh. Ohhhh. Das macht das ganze Stadion immer so. Das verunsichert ihn ja immer noch mehr. Mhhh. Ohhhh. Ohhhh. Goal! 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 Man muss sagen, das 1-1 wäre verdient. Ex-Ball! Thomas Renko, ist jetzt her? Goal! Jetzt passiert! Das ist die größte Eskalation, die wir immer zerleben bei dem Stadion. Das war's. Ja. Das war's. Krass. Das erinnert mich an das Spiel Real gegen PSG, wo Messi auch sofort in die Kabine ging. Oh, der Opie, ey. Der ist bestimmt schon seit 50 Jahren im Stadion. Sogar ich als Messi-Fam. Bin ein bisschen gebrochen. Ich hab's Ronaldo gegönnt. Venedig ist in die Verlängerung zu kommen, ja. Ja. Atletico hat zum Ende natürlich schlau, dreckig, zu Ende verteidigt. Und ich hab mir so gewünscht, im Old Trafford zu sein und einmal dieses süß zu hören. Und bin ein bisschen gebrochen für Ronaldo. Aber man muss dann auch sagen, in 90 Minuten hatte Ronaldo nicht einen einzigen Abschluss. Lag natürlich aber auch daran, dass die Flanken teilweise miserabel waren auf ihm, ne. Ich hoffe, euch hat das Stadion-Vlog-Talks dem gefallen. Schaut auch bei Classic-Fußball-Shirts vorbei. Und unserem Fußball-Podcast links oben in der Videobeschreibung auch abonniert Tone. Und Peace!